Jetzt versuche ich nur gerade rauszukriegen, wie man da an das Rätsel drankommt. Hier. Freundlicherweise nicht abgeschlossen. Aber noch mehr Seiten. Die Erinnerungen überrollen mich zu schnell, sie rasen durch meinen Kopf und erfüllen meine Seele mit Verzweiflung. Und je mehr ich darüber nachdenke, dass nichts getan werden kann, dass niemand außerhalb dieses Schildes überleben kann, desto schneller dringt der Nebel ein. Ich kann mich im Nebel verlieren. Wenn er dick genug ist, kann ich loslassen und bin in Sicherheit. Ich kann beginnen zu vergessen. Aber ich darf nicht vergessen. Ich muss an jede Lüge erinnern, die sie meinem Volk erzählt haben. Wie sie uns manipuliert haben, um ihren Willen zu bekommen. Sie erzählten mir, sie kämen, um meine Welt zu reparieren. Sie baten mich, ein Treffen mit den Ältesten zu arrangieren. Die Bücher, die sie mit sich trugen, zeigten andere Welten wertvolle Orte mit Menschen, die nicht so hart arbeiten mussten, um zu überleben. Sie erzählten meinem Volk, dass Atrus diese Bücher geschrieben hätte, dass er nach ein paar Jahren geschrieben, aber unsere Welt instabil gemacht hätte. Sie sagten, er wollte uns zu Sklaven des Baumes machen. Sie fragten mich, erinnerst du dich nicht an, nicht Savared, Savedro? Unser Vater schrieb diese Welt, um uns zu unterrichten, um sein Gönnen ein schlechtes Beispiel einer Welt zu, seinen Söhnen ein schlechtes Beispiel einer Welt zu zeigen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht, wie das wahr sein konnte. Aber warum sollten sie lügen? Warum sollte Atrus gelogen haben? Die Welt, die sie uns in diesen Büchern zeigten. Die Ältesten weigerten sich zu glauben. Sie sagten, wir können den Baum nicht aufgeben. Seit vielen tausenden Jahren haben wir die Latise-Wurzeln gepflegt. Ohne unsere Tradition werden wir sterben. Ich will nicht, dass wir sterben. Ich nicht. Aber Sirius und Achener sagten, sie sagten, sie würden zurückkommen. Savedro. So wie Atrus es einst zu dir gesagte. Er sagte, er würde zurückkommen und dann kam er nicht. Er kam nicht. Und dafür wird er bezahlen. Okay. 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 Was haben wir hier für ein Rätsel? Das ist Rätsel Nummer drei. Okay. Wir schicken eine weitere Kugel los. Okay, jetzt ist die Kugel geplatzt. Ähm. Gucken. Machen wir mal eine neue. Ah, okay. Okay. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wo die Kugel hin soll. Wo der Ausgang ist. Und mal hier kommt sie rein. Mal ganz kurz schauen, wo sie reinkommt und wo wir hinwollen. So. So. Okay, sie startet da. Ah, okay. Wenn ich es richtig sehe, müssen wir sie da hinbekommen, währenddessen da auch ein Loch ist. Okay. Okay. Das könnte, wir haben drei Dinger. Okay. Das heißt, eins, zwei, drei. Okay. Hier kommt sie hoch. Da landet sie drin. Automatisch. Dann müsste das Ding hier stoppen. Probieren wir es doch einfach mal. Dann müsste es hier rüber, dann landet das hier drin. Dann müsste es hier rüber, dann landet das hier drin. Ah, jetzt weiß ich, wieso das nicht funktionieren kann, weil das Ding hier blockiert ist. Sonst könnte man einfach sagen, das soll da stoppen. Dann wäre das da drüben und drin. Okay. So. Wenn das jetzt hier reingeht, hier stoppt, hier hingeht. Dann müsste man das hier stoppen. Oder? Eins weiter. Dann ist da auf jeden Fall eins. Okay, und danach müssen wir es da hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das Ding dreht sich ja komplett mit. Das heißt, wenn das da ist, das Ding ist also um eins weiter nach oben gedreht, müssen wir hier hinbekommen mit dem Ding. Das heißt, einmal komplette Drehungen machen fast. Genau, das ist eins weiter nach unten. Oh, wir können da kein zweites Mal hingehen. So, jetzt müsste das im Uhrzeigersinn hier stoppen. Da reingehen. Da stoppen. Da rüber gehen. Dann müsste das eins weiter sein. Probieren wir es einfach mal. Ich glaube nämlich, dass es falsch ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay, gut. Das hat schon mal nicht funktioniert. Oh. Ups. Okay. Falsch gedacht. Gut. Knappt dann eben auch vorbei. So viel dazu. Ähm. Das heißt, das Ding muss hier rein. Weil sich das so rumdreht. Genau. Und hier das Loch ist zum Reinfallen. Das heißt, jetzt geht das so rüber. Zwei. Das heißt, das Ding müsste dann hier rein. So. Dann ist das da hinten. Dann landet das hier drin. Das Ding ist zu dem Zeitpunkt um eins nach links gedreht. Also eins nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Müsste es das sein? Könnte das sein? Ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt geirrt habe. Ich sollte mir vielleicht gleich noch einen Kaffee machen. So, da rein. Zack. Da raus. Eins, zwei. Da rüber. Eins, zwei, drei. Verdammt. Mist, das funktioniert schon mal nicht. Okay. Das heißt, wir müssten... eins, zwei, drei, rüber. Eins, zwei, drei, rüber. Dann landet es hier drin. Eins, zwei, drei. Wollen wir mal, wenn das jetzt das Ding da drüben ist. Okay. Dann. Ja gut, wie ist ja wurscht. Nee, ist eigentlich nicht wurscht. Okay. Hier landet die Kugel. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier und hier wären... Nee. Die einzige Möglichkeit wäre der Bogen hier. Überall sonst... Dann macht ja keinen Sinn, auf den gleichen wieder zurück zu gehen. Ähm... Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir auf dem Platz landen. Das sind... Eins, zwei, drei, vier. Hier rum dreht sich das Ding jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Da muss es hin. Ich glaube, so rum dreht sich das. Dann müsste der hier wieder rauskommen. Dann muss er sich noch um eins weiter drehen. Was heißt, eigentlich müsste das dann... So. So müsste das jetzt... Außer es dreht sich falsch rum. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Dreher drin. So. Eins, zwei, drei. Zapp. Eins, zwei, drei, vier. Und es geht rüber. Eins. Und sie geht weiter. Haaa. Äh, oh. Äh, okay. Wir haben das erste Rätsel tatsächlich irgendwie geschafft. Ähm, und haben für die erste Brücke eine Symbolenreihenfolge bekommen. Okay. Wir haben also ein Dreierteil. Gibt also die drei Rätsel. Na gut, das ist okay. Ich dachte, es sind vier, aber es sind nur drei. Für den ersten Brückenteil... ...versuch das jetzt irgendwie hübsch abzuzeichnen. Der sieht katastrophal aus. Hier welche? Drei, vier. So. Wie machst du das mit Kringeln? Das ist der erste... Ich schreibe mal vielleicht die Farbe noch dazu. Grün. So. Wir haben es geschafft. Das erste Rätsel ist durch. Ähm, wir können hier aber sonst nicht runter. Okay. Das war jetzt tatsächlich einfach nur ein bisschen... ...überlegen, wo lang. Also die Rätsel sind jetzt nicht so kompliziert. Waren auch in diesem Teil insgesamt nicht so kompliziert. Ups. Nein. Ich wollte nur gucken, ob ich hier vorbeilaufen kann, Junge. Ich wollte nicht nochmal nach oben. Ach, Gott sei Dank. Ich kann nicht nochmal nach oben. So. Das heißt, das erste haben wir geschafft. Überlege ich gerade, welches wir als zweites machen. Ich würde, glaube ich, das mit den... ...Gewichtsmurmeln mal probieren. Wenn ich sie wiederfinde. Das ist so immer hier die Sache, sich nicht komplett zu verlaufen. So. Und dann gehen wir hier mal hoch. Ähm. Hier können wir dann das zweite eingeben und dann entsprechend das dritte. Okay. Wir haben die erste Brücke. Wir können dann da hochlaufen, wenn wir das haben. Okay. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt muss ich nur schauen. Hier mal... Also die Treppe hier zu sehen ist tatsächlich nicht so leicht. So. Ich glaube, wir sind zuerst hier lang. Ja. Das ist jetzt das nächste. Wir haben jetzt oben geschaut mit der Hilfstellung. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was wir hier so haben. So. Einmal Türchen öffnen. Und einmal hier rein. So. Wir haben eine halbe Holzkugel. Wir haben... Uns würde ein Stückchen Holz fehlen. So. Das wird jetzt tatsächlich zeichnerisch ein bisschen was. Denn wir haben nicht genau das, was wir brauchen. Wir haben aber Hinweise gehabt im Hauptteil. Und zwar eine schwarze Kugel sind vier blaue Kugeln. Ähm. Wir können das in der Mitte verschieben. Das heißt, entweder Gleichgewicht in der Mitte. Die linke Seite ist doppelt. Oder die rechte Seite ist doppelt. Damit das ausgeglichen bleibt. So. Wir haben auf der einen Seite... Ich glaube, wir müssen das tatsächlich komplett ausgleichen. Ich zupse hier mal kurz das Papier ab. Dass ich ein bisschen mehr... Ähm... Hilfzeugs hier habe. Jö. Nehme ich einfach einen neuen Zettel. Ich kack doch die Wand an. So. Was haben wir denn hier? Wir haben... Was haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Ich fuhre die noch mal zurück, damit ich weiß, was da ist. Wir haben... Machen wir mal Holzkugeln, ist gleich 1. Als Wert einfach nur. Das heißt, eine Glaskugel... Das ist gleich ein Gewicht von 4. Und eine... Metall. Ich sag mal, das ist Eisen. Sind... 4 mal Glas, das heißt, es ist 16 vom Gewicht her. So, wir haben auf der einen Seite ein fixes Gewicht. Das ist diese Kugel oben. Das ist einmal... Ein Glasviertel und sonst Holz? Oder ist das eine Glashälfte? Und sonst Holz? Ich denke, so wie das optisch war, müsste ein Viertel von der Kugel Glas gewesen sein. Das heißt, wir haben ein Gewicht von... Wir müssen ja auch dreidimensional denken. Das heißt, es sind... Das sind acht Viertel, die wir haben. Also acht so Teile. Würde Sinn machen. Das heißt, wir haben ein bis zweimal Glas und... Sechs bis siebenmal Holz. Zöö. Das heißt, das Gewicht von der ersten Kugel... Müsste. Wir haben hier auf jeden Fall viermal Holz schon. Auf der Kugel jetzt. Bei dieser Kugel. Da sind ja schon hier Holzteile fest. Und so wie das aussieht, müsste es tatsächlich so sein, dass das hier nicht stimmt. Ich wette drauf, weil das zu einfach wäre. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das erstmal ein Glasteil wäre. Das heißt, wir haben hier ein Gewicht von einem Glasteil. Es sind vier und sieben Holzteile. Das heißt, wir haben hier ein Gesamtgewicht von elf. So. Das müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Wir haben hier bis jetzt ein Gewicht von vier drin. Das heißt, wir müssen irgendwie sieben zusammenkriegen. In der Theorie. Ich habe jetzt so ein Viertel. Das ist ja nicht mal ein Viertel, das ist ein Achtel eigentlich. Ein Achtelkreis. Ähm. Als eins deklariert, das Ding hier. Das heißt, das da ist vier wert und das da sind 16 wert. Fast vier Matheunterricht von früher. So. Jetzt haben wir eine schöne Kugel. Die elf wert ist. So. Die ist bis jetzt vier wert. Das heißt, wir können es auch so machen, dass wir auf die Seite, also das Ding auf ein Gewicht von 22 bringen. Ich glaube, elf kriegen wir mit den Sachen hier so nicht zusammen. Weil wir nicht genügend Holz haben. Und zu viel Glas. Und das alles hier sind ja gerade Zahlen. Das heißt, das klappt so nicht. Ich würde daneben auch immer triangiert Eco oder wir das wichtige cons ihr Vielen Dank.